Als serbisch-orthodoxe Kirche werden die Auto-Kefale-orthodoxe Kirche von Serbien und die ihr nachgeordneten Kirchen bezeichnet. Sie bilden gemäß dem allen orthodoxen Kirchen gemeinsamen Glaubensbekenntnis zusammen mit den anderen orthodoxen Kirchen die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Laut dem orthodoxen Kirchenkanon ist das Patriarchat in Belgrad für das Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens. Im eigentlichen Sinn für alle sich als orthodoxe Christen bekennende, unabhängig ihrer Volkszugehörigkeit, zuständig und somit offiziell eine Landeskirche, da es dem orthodoxen Kirchenrecht entsprechend keine Nationalkirchen gibt. Die meisten Gläubigen sind Serben. Aufgrund des Zerfalls Jugoslawiens und der Tatsache, dass viele Serben außerhalb Serbiens leben, sowie auch wegen des historischen Hintergrunds der Kirche, wurde sie verstärkt in die Rolle einer Nationalkirche gedrängt. Geschichte Anfänge des Christentums in Serbien Die heidnischen Slaven besiedelten aus dem Norden seit dem Ende 6. Jahrhunderts die Balkan-Halbinsel. Die serbischen Stämme kamen zwar in dieser Zeit mit dem Christentum in Kontakt, denn die alteingesessene Bevölkerung war seit über 200 Jahren christlich, aber es sollte mehrere Jahrhunderte dauern, bis die Südslaven den neuen Glauben annahmen. Vielmehr brachte die Landnahme der Slaven auf dem Balkan zunächst den Untergang der meisten antiken Bischofssitze zwischen Donau und Ägäis. Kaiser Leon VI. gliederte im Jahr 732 die Kasekunden westliche Illyricum dem Patriarchat von Konstantinopel an. Doch beanspruchte der römische Papst auch weiterhin die kirchliche Jurisdiktion. Nach der Errichtung des byzantinischen Themas Dalmatien um 870 gesellte sich zum lateinischen Einfluss in den Küstenstädten auch ein griechischer, um 860 bis 870 missionierten Konstantin und Methodius im Gebiet der Morava. Methodius war auch Erzbischof von Pannonin mit Sitz in Solmium, dem heutigen Schremskar mit Rovika. Unter seiner Kirchenleitung sollen sich nach verschiedenen Quellen ebenso die serbischen Stämme befunden haben. Der endgültige Übertritt der Serben zum Christentum dürfte unter Motimir erfolgt sein. Sein Nachfolger Peter Gornikowitsch trägt bereits einen christlichen Vornamen. Zu diesem Zeitpunkt dürfte die Frage nach der kirchlichen Jurisdiktion unumstritten gewesen sein. Papst Johannes VIII forderte Mutimir im Jahr 873 auf Methodius als Bischof Solmiens und Pannoniens anzuerkennen. Dazu kam die Expansion des bulgarischen Zaren Simeons als die serbischen Länder unter die Jurisdiktion der bulgarischen Kirche gerieten. Nach dem Zerfall des Ersten Bulgarischen Reichs Anfang des 11. J.H.D.T.S. unterstanden sie dem bulgarischen Erzbistum Orit. Das große Schisma von 1054 schuf eine unsichtbare kirchlich-kulturelle Grenze, die mitten durch das Altsabische Reich ging. Die westliche Hälfte mit den Küstenstädten Dalmatiens, Zachlumien, Travonien, Bosnien und Dukyar verblieben überwiegend im Rahmen der römischen Kirche. Zu Roms Unterstützern zählten hier insbesondere die dioklitischen Könige Mihailo und Bodin, wobei letzter Reihe die Gründung des Erzbestumms Bar erwirkte. Die römisch-katholische Mission ging von den Erzbestümern Splitt, Bar und Dubrovnik aus. Im serbischen Binnenland deckte sich die Jurisdiktion des Erzbestums Orit weitgehend mit dem byzantinischen Herrschaftsbereich. Welche Auswirkungen dies haben konnte, zeigt die Geschichte Stefan Nemanjas, der zweimal, sowohl von lateinischen als auch von griechischen Priestern getauft wurde. Nemanjas Reich umfasste Gebiete auf beiden Seiten der Grenze, er unterhielt daher Beziehungen zu beiden Kirchen und beschenkte auch beide, zeigte aber eine gewisse Präferenz zur Orthodoxie. Während seine Söhne Stefan und Wukan die serbisch-dioklitischen Könige zum Vorbild hatten und dem Katholizismus zu neigten, der Höhepunkt dieser Entwicklung ist die Krönung Stefans zum König durch einen päpstlichen Legaten im Jahr 1217. Trotz allem stellte sich die Neigung Nemanjas jüngsten Sohnes Rastkur zur Ostkirche und zum Ethos-Mönchtum als richtungsweisend heraus. Erzbestum CKPIC Eine kardinale Rolle bei der Gründung der serbischen Kirche spielte Seve, der jüngste Sohn Nemanjas. Zu Nemanjas Zeiten war die kirchliche Organisation in der Hand des Erzbestums Ried mit Bistümern in NIS, RAS, Pritzeren und Liblian, sowie vorübergehend in Drac. In Folge des vierten Kreuzzugs zerfiel das byzantinische Reich in zwei Teile. Über den westlichen Teil herrschte der Despot von Epirus, Theodor Angel aus Komnenes Dukas, welcher dem Nemanjitten Staat feindlich gesinnt war, und auf dessen Territorium sich der Sitz des Erzbestums Ried befand. Nemanjas Söhne Stefan und Seve nutzten die Wirren nach der Errichtung des lateinischen Kaiserreiches, um eine vom Erzbestum Orid unabhängige Kirche ins Leben zu rufen. Seve begab sich 1219 nach Nikaie, wo der vertriebene Kaiser Theodor I., Laskaris und der Konstantinopler Patriarch Manuel I., Sarantinus residierten und erbat ihre Erlaubnis für die Gründung eines autokephalen serbischen Erzbestums. Die Bitte wurde ihm gewährt und Seve im selben Jahr zum Bischof geweiht und zum Erzbischof hernannt. Nach seiner Rückkehr bestimmte Seve das Kloster Zika, eine Stiftung seines Bruders Stefan, zum Sitz des Erzbischofs. Darüber hinaus errichtete er zehn Bistümer, davon acht in Rastin und je eine in Zeta und Zachlumien. Im Zuge der Expansion des Serbischen Reiches kamen folgende Bistümer schrittweise hinzu. Belgrad, Branicevo, NIS, Banaiska, Lipian, Felbutz, Skoplie, Tetovo und Deba. Seve besorgte Neufassungen des Nomo-Kanons und monastischer Typika und widmete sich der Bildungsarbeit am Klerus. Die Glaubensdogmen wurden in einer Redaktion des orthodoxen Synotykons festgelegt. Darin wurden die Lehren der Kirchenväter und die Beschlüsse ökumenischer Konzilien für gültig erklärt und eine Reihe von Heresien, von denen das Burgumilentum am bedeutendsten war, verurteilt. Gemeinsam mit Stefan verfasste Senwe eine Vita seines Vaters und schuf so einen Personenkult um Nemanja, der nach seinem Tod als Mönch Simeon heilig gesprochen wurde. Savas stärkster theologischer Gegner war der Oraider Erzbischof Demetrius Chomatenos, der die Gründung eines serbischen Erzbestums als unkanonisch verurteilte. Chomatenos' Protest fand nur wenig Gehör, besonders nachdem er Theodor Angelos gekrönt hatte, sehr zum Missfallen des Patriarchen in Nikaie. Außerdem anerkannten Jerusalem, Alexandrien und Antiochien Savas Autokephales Erzbestum. Im Jahr 1253 wurde das Kloster Zika von Bulgaren und Kumanen geplündert. Der Erzbischofssitz wurde daraufhin in das Kloster Sveti Spass bei P.I.C. verlegt. Das Petscher-Kloster blieb bis zur endgültigen Auflösung des Patriarchats im Jahr 1766 Sitz der serbischen Patriarchen, mit Unterbrechungen von 1382 bis 1459 als die Patriarchen wegen der Osmanen Gefahr in Zika und in Smederevo residierten. In Folge der Expansion des Nemanjidenreiches kam es zu einer engen Bindung zwischen Kirche und Staat. Alle Nemanjiden stifteten je mindestens ein Kloster, ausgenommen Radoslav, welcher nur einen Zubau zum Kloster Studenika vornehmen ließ. Am bedeutendsten war das von Nemanja gestiftete Thethos-Kloster Hilanda. Die serbischen Könige setzten sich aber auch weiterhin für ihre katholischen Untertanen ein. So zog etwa Urosi, gegen Dubrovnik, um die Rechte des Erzbestums Bar zu verteidigen, Patriarchat von P.I.C. Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts machten sich latinophobe Erscheinungen bemerkbar, die mit der Expansion der ungarischen Könige bzw. Angeweiner einherging. Mitte des 14. Jahrhunderts waren die Fronten bereits verhärtet. Der Erzbischof von Bar war ein erbitterter Feind der serbischen Kirche. Während das Gesetzbuch von Stefan Duschan die Bekehrung zur lateinischen Heresie verbot, das Reich Stefan Duschans umfasste das gesamte Erzbestum Orit. Nur Zaglumin ging 1326 an die Bosnier verloren, Ston und Pelje Schatz wurden 1333 Dubrovnik gegen eine jährliche Tributzahlung übergeben. Duschan plante sich zum Zaren zu ernennen und benötigte ein Gegenstück zum Konstantinopler Patriarchen. Kanonisch wurde dies mit der Tradition begründet, die kirchliche und territoriale Situation anzugleichen, wie es seit der Metropolitenverfassung üblich war. Duschan ließ daher 1346 in Skopje den Petscher Erzbischof Joannikie II. zum Patriarchen ernennen. Sieben Tage später ließ er sich zum Kaiser der Serben und Griechen krönen. All dies geschah zwar in Einvernehmen mit dem Tanoir Patriarchen, dem Ororeider Erzbischof und dem Ethos Mönchtum, aber ohne Zustimmung des Patriarchen von Konstantinopel. Die Errichtung des Patriarchats änderte nur wenig an den kirchlichen Zuständen. Die Autokephalie des Erzbestums Oret blieb unangetastet. Die Ethos-Klöster behielten ihre Privilegien. Die Bistümer Skopje, Pritzren, Zetter und Drastien wurden zu Metropolien aufgewertet. Das Kloster Lesnowo wurde zum Sitz eines neuen Bistums, das zur Metropolis Skopje gehörte. Die neu hinzugekommenen griechischen Epachien im Süden wurden mit loyalen Bischöfen besetzt. An den Rechten des Kleros wurde nichts geändert. In den Jahren 1349 und 1354 wurde das Gesetzbuch Stephan Duschans proklamiert, das wichtige Bestimmungen betreffend das Patriarchat enthielt. Wie in Byzanzop lag die Wahl des Patriarchen einem Rat aus kirchlichen und weltlichen Vertretern. In Einvernehmen mit dem Kaiser, die Bischöfe wurden von einer Synode gewählt. Der Titel des Patriarchen lautete, von Gottes Gnaden Erzbischof und Patriarch aller serbischen und primorischen Länder. Der Patriarch hatte eine Kanzlei samt Logothäten. Infolge ihrer Entwicklung zum Patriarchat wurde die Kirche zu einem großen Feudalherrn, der über ausgedehnte Güter und viele Arbeiter verfügte. Die Güter waren bis zum Beginn der osmanischen Eroberungen steuerbefreit und genossen auch andere Privilegien. Zu den Tätigkeiten der Kirche zählten auch die Rüdung von Wäldern, die Ansiedlung von Bauern und der Bau von Straßen und Gebäuden. Der Reichtum vermochte einige Priester zu korrumpieren, sodass Ämterkauf vorkam und gelegentlich auch Gewalt angewendet wurde, um lukrative Ämter zu erlangen. Neben Einkommen aus dem Betrieb von Klöstern und Kirchengütern hatten Bischöfe ein Anrecht auf eine Steuer, die von besonderen Vertrauensleuten des Bischofs, den Ex-Eichen, erhoben wurde. Den Ex-Eichen oblag auch die Überwachung der religiös-moralischen Zustände in der Epachie. Epachien waren in Parochien unterteilt. Später kam das Protopopiat als Organisationseinheit hinzu. Der für eine Parochie zuständige Priester wurde Puppe genannt. Er wurde vom Bischof im Einvernehmen mit dem Ortsvorsteher bestellt. Allen Puppen wurden zur Selbstversorgung Dreiecker zugeteilt. Außerdem durften sie erbliches Vermögen in Stiftungen ansammeln. Doch mussten auch sie Abgaben an ihren Bischof leisten. Neben den geistlichen Tätigkeiten war der Landbau die Hauptbeschäftigung der einfachen Priester. Eine wichtige Rolle kam dem Kirchengericht zu. Ihm oblag unter anderem die Straf- und privatrechtliche Gerichtsbarkeit über Angehörige der damals zahlreichen Kirchengüter. Die Seelsorge und Beichte wurde besonders vertrauenswürdigen Priestern und Mönchen überantwortet. Gesetzliche Bestimmungen gegen das Heidentum, Aberglauben und Hexerei stärkten die Stellung der Kirche. Die Proklamation des Pätscher-Patriarchats rief zunächst keine Reaktion des Konstantinopler Patriarchen hervor. Erst nach Bemühungen Kaiser Johannes Kantaku Xenis verhängte der Konstantinopler Patriarch Kalix Dossi. Im Jahr 1352 ein Anathema gegen den Zaren Duschan und den Patriarchen Joannekie II. Die größte Kritik kam aber nicht etwa aus Konstantinopel, sondern aus Serbien selbst. Viele Serben waren gegen die eigenmächtige Einsetzung eines serbischen Patriarchen und sahen darin ein Abrücken von der Savashtchen-Ordnung. Außerdem hatte das Anathema konkrete Auswirkungen. Viele griechische Ethos-Mönche weigerten sich gemeinsam mit Serben, die eine anatemisierte Kirchenführung hatten, an Gottesdiensten teilzunehmen. Besonders nachdem Byzanz die Kontrolle über den Ethos wiedererlangt hatte. Infolge einer wachsenden Bedrohung durch die Osmanen kam es mehrmals zu Annäherungsversuchen zwischen Konstantinopel und P.E.C. Zunächst gab es 1368 eine Teilunion zwischen Jovan Ugeljeza und dem Patriarchen von Konstantinopel. Ugeljeza, Bruder des serbischen Königs Vukasin, herrschte als Despot über Seres und Rama. Er übergab die Petscher-Epachien auf seinem Gebiet dem Patriarchat von Konstantinopel und ernannte den Metropoliten von Drama zum Ex-Eichen. Nach der Niederlage der MR in Javcevic bei der Schlacht an der Maritz A. 1371 unternahmen Johannes Paläologos, Lazar Bejanovic und der Ethos-Mönch Isayach erneut Anstrengungen zur Aussöhnung. Schließlich anerkannte Patriarch Philoius 1375 Dekasekunden serbische Patriarchat, das Anathema wurde aufgehoben. Die einzige Bedingung war, dass die Serben bei einer erneuten Expansion die griechischen Bischöfe und Metropoliten in Ruhe lassen. 1557 bis 1766 während der Jahrhunderte der Osmanischen Herrschaft war die orthodoxe Kirche eine wichtige Trägerin der serbischen Kultur. Die Osmanen verboten anfangs sowohl einen serbischen Patriarchen als auch einen Erzbischof und unterstellten die serbisch-orthodoxe Kirche dem ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel. Doch 1557 gestatteten sie einen Patriarchen für Serbien und dieser war oftmals Vorsprecher der Serben bei der Hohen Pfort. Das Patriarchat von PEC, so die damalige Bezeichnung für die serbische Kirche, umfasste Serbien, Montenegro, Bosnien, Herzegowina, Kroatien, den Norden Mazedoniens und Südost-Bulgarien sowie Ungarn und Siebenbürgen. Viele Patriarchen arbeiteten an einer Befreiung von der osmanischen Fremdherrschaft, und die ersten Aufstände der Serben gegen die Osmanen wurden von Bischöfen geleitet. Bischof Todor in der Voivodina, Bischof Visarion in der Herzegowina, Patriarch Asnir III und andere, Montenegro, als periphere Zone des osmanischen Herrschaftsgebiets wurde Jahrhunderte von Bischöfen geleitet. 1766 unterstellten die Osmanen das serbische Patriarchat wieder dem ökumenischen Patriarchen. Doch die Erzbischöfe in der Voivodina und in Montenegro, wo die Osmanen nicht herrschten, blieben autonom und führten die Tradition des serbischen Patriarchats weiter. Mit der Erneuerung des serbischen Staates Anfang des 19. Jahrhunderts wurde auch die Selbstständigkeit des Erzbesturms von Belgrad erneuert. Aufgrund der politischen Verhältnisse war die serbisch-orthodoxe Kirche jedoch nicht geeint. Neben dem Erzbesturm von Belgrad gab es das Erzbesturm von Schremski-Karlovski in der Voivodina und Süd-Ungarn, das Erzbesturm von Montenegro und die serbisch-orthodoxe Kirche in Bosnien-Herzegowina und Dalmatien, deren Leitung dem orthodoxen Erzbischof der Bukovina und Galiciens oblag. Serbisches Patriarchat Nach dem Ersten Weltkrieg wurde mit der Gründung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen auch die Vereinigung der serbisch-orthodoxen Kirche möglich. Der serbischen Kirche wurde vom ökumenischen Patriarchen die Autokefali zugestanden und der Metropolit von Belgrad Dimitrije Pavlovich wurde 1920 als erster Patriarch des erneuerten serbischen Patriarchats anerkannt. Im Zweiten Weltkrieg hatte die serbisch-orthodoxe Kirche schwerste Opfer zu beklagen. Allein unter der Herrschaft der vorwiegend katholischen U-Star-Faschisten in Kroatien wurden drei Bischöfe und 515 Priester ermordet. Der serbische Patriarch Gavrilo Dozik wurde 1941 zuerst in einem Kloster inhaftiert und 1944 in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Dem faschistischen Terror folgte die Zeit des sozialistischen Jugoslawien unter Führung des Bund der Kommunisten mit Tito in der Spitze. Obwohl die Beziehungen der jugoslawischen Kommunisten zur serbisch-orthodoxen Kirche nicht optimal waren, gestand man jedoch Freiheiten zu, die in Ostblockstaaten undenkbar gewesen wären. In die politischen Wirren, die den Zerfall Jugoslawiens ab 1991 begleiteten, wurde auch die serbisch-orthodoxe Kirche verwickelt. Einerseits verstand sie sich als Hüterin der serbischen Nation, andererseits musste sie sich der verklärt nationalistischen Umarmungen durch radikal-serbische Gruppen erwehren, die die Kirche für ihre Zwecke instrumentalisieren wollten. Allerdings hat die Kirche und namentlich einige ihrer Amtsträger häufig eine Sympathie für serbische Nationalisten gezeigt. So hat beispielsweise der höchste Geistliche der serbisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Pavle, den viele Jahre mit internationalem Haftbefehl gesuchten Hauptkriegsverbrechern Radovan Karajic und Radko Mladic nur wenige Tage nach dem Massaker, von Srebrenica in Sokolac bei Sarajevo geweihtes Brot gereicht. Gegenwart heute gehören der serbischen orthodoxen Kirche 40 Diözesen in der ganzen Welt mit gut 3600 Gemeinden und 2000 Priestern an. Rund 80% der 11 Millionen Serben weltweit bekennen sich zur orthodoxen Kirche. In der Kirche gibt es über 200 aktive Klöster mit etwa 230 Männern und 1000 Frauen, die ihr weltliches Leben dem mönchrischen Dasein geweiht haben. Außerdem gibt es sechs theologische Fakultäten in Belgrad, Karguje, Watz, Schremski, Karlovski, Cetinje, Boca und in Pritzren. Die Fakultät von Pritzren wurde 1999 wegen des Kosovo-Krieges nach NIS verlegt. Des Weiteren existieren in Belgrad und in Libertyville zwei theologische Hochschulen, ein theologisches Institut in Belgrad sowie eine geistliche Akademie in Foca. Metropolit von Belgrad und Schremski, Karlovski, Erzbischof von PEC und serbischer Patriarch ist seit 2010 Irinei. Die in Deutschland lebenden Angehörigen der serbisch-orthodoxen Kirche werden von Bischof Sergej Karanovic mit Sitz in Hildesheim seelsorgerisch betreut. Die in Österreich, der Schweiz, Italien und Malta lebenden Angehörigen der serbisch-orthodoxen Kirche werden von Bischof Andrzej Cilecic mit Sitz in Wien seelsorgerisch betreut. Die serbisch-orthodoxe Kirche ist Mitglied des Weltkirchenrates, Epachien der serbisch-orthodoxen Kirche. Die serbisch-orthodoxe Kirche umfasst folgende Epachien in Serbien und im Ausland. Serbien, Belgrad, Novi Set, Schremski, Karlovski, VSAC, Posarevak, Schabatz, Kagujevac, Kaljevo, Krusevac, Zajetza, NIS, Malseva, Franje, und im Kosovo, Pritzren, Bosnien und Herzegowina, Banja, Luka, Tuzla, Sarajevo, Muster, Bosanski, Petrovac, Montenegro, Cetinje, Nixic, Kroatien, Pakrak, Dalj, Karlovac, Bielo, BRDU, Siebenik, Zagreb, Pljubljana, Mazedonien, Oritzka, Archipiskopia, Ungarn, Szentendrehe, Rumänien, Temeshoara, weltweit, Stockholm, Hildesheim, Himmelstür, Paris, Kempel, Wilmilton, Maastert, Lake, Alhambra, Sydney, Buenos Aires, Wien. Außerdem existieren noch folgende Epachien als Titulabistümer, Jäger, Dekani, P.I.C. und Havosno, Ostrog, Jum. Die Gemeinschaft mit der serbisch-orthodoxen Kirche erkannten 1988 auch Teile der spanisch-orthodoxen Kirche und 2004 ebenso Teile der französisch-orthodoxen Kirche Ritus in Frankreich Union des Associations Kulturelles Orthodoxes die Rite Occidental an. Beide unterstehen formell der Jurisdiktion des serbisch-orthodoxen Bischofs für Westeuropa. Sogenannte nicht-kanonische Kirchen können um die Jurisdiktion einer kanonischen Kirche ansuchen, um so in die ganze Kommunion mit der orthodoxen Weltkirche zu gelangen. Serbisch-orthodoxe Kirchengebäude weltweit. Punkt, 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 Punkt.